Willkommen, kroatische Nationalhymne! Wirklich? Willkommen zurück zu Nuss von Lujun. Tick-Tack in der Morgenstellefestung. Das heißt es auch. Oh meine... Ich bin eins! Jetzt bin ich froh. Glöckgechenfrau Ich frohlocke das Stilito. Ich frohlocke! Ich frohlocke oder Lackar! Ich我有... Ich bin... Ich bin... We hassen dich alle. Langzeit-SzenenHansGüler. Guckt deine Videos an. Oder wer ... Auf fack LAMSALS NINE! www.com.usr.sl.langsatzthemen da findet ihr behinderte Reviews von Legos, Lamos, Blacks, glaube ich. Die Videos mit Mr. Commander Blinds sind ja noch, die Play 1 sind ja noch. Okay, der hat den Kanal immer noch. Ja, ich weiß. Immer noch Kohle. Kohle, fick dich. Kohle, Kohle, Kohle. Der Hans Günther. Der Hans Günther, der ist ja schon ein Freund von uns, mehr oder weniger. Ha joh, da hat's geschafft. Eigentlich war ich. Wir kennen sich gut mit Spießen aus. Der Problem ist noch. Das ist der Problem. Ich muss es haben. Du willst die Karte? Immer nur haben wollt. Das geht so nicht. Ja, Christian, du musst doch mal geben. Ich hab Angst. Geht einer drüber mal. Ryan is with Mr. Schindle. Pass auf, pass auf, pass auf. Nein, wir brauchen Luigi, geh nicht hoch, du Idiot. Halt mal Wasser los. Wasser los. Kaff die. Ey, man könnte dich so ein paar... Hey, lass doch die Sternmünze, was willst du? Nein, ich hab Luigi gesagt, nicht Sternmünze. Luigi, Luigi, Michael, Michael! Michael! Ey, also wo gehst du hin, Volker? Wir wollen nicht wissen, was Michael in echt bedeutet. Ja, ich hab's! Ja, Toll! Okay, das sieht schön. Christian, hör auf mich zu befreien, da kleiner Uhr. Jetzt noch den Luigi, den wir hier nicht bekommen. Also du und dein scheiß Luigi. Alter, wir müssen ihm zeigen wollen. Müssen wir nicht! Wir sind fertig! Wer hat dich dazu gezogen? Wir haben immer noch ein Level Stili, also von dem her... Echt? Alter, wir können nicht nach zweieinhalb Minuten Part benden. Es geht nicht. Wie nach zweieinhalb Minuten? Ja, das haben wir nach zweieinhalb Minuten schon. Oh, das Level ist aber einfach. Ja, das Level ist so ein Cheater Level. Das ist so ein Chiller Level. Aber weil's im First Tray zu schaffen ist, machen wir jetzt... Ja, vierter Stern! Da werden nicht Mob sie fangen können. Weil, fünfter Stern und so... Stili, es ist nur noch ein Level Plus Zusatz hier. Ein bisschen... Fuck. Keine, ich weine, ich weine, das ist noch mal die Gießen. Massenstern. Typisch. Hülpisch. Nein, ich hab typisch gesagt. Gender. Wenn der Politik erklärt. Gender Time. Wenn du Politik erklären willst. Gender Time. Nichts gegen Herr Hülpisch, ich mag den. Ja, ja. Ich glaub, er hat dich aber nicht. Ja, er kann ihn wirklich nicht leiden. Wann haben wir auf mit Politik? Wann haben wir auf damit? Das ist denn mit seiner Türkenstimme, ne? Ich hab keine Türkenstimme. Kroaten, also. Uruganda, oder wie der gesagt. Uruganda Stimme. Pass auf, ja, dann. Du wirst uns dann geschleudert. Uruganda. Uruganda. Uruganda und Uruganda. Uruganda. Uruganda, ja. Uruganda. Pass auf, da unten, da musst du jetzt hin, in dieses kleine Loch da. Toll, super. Ich will hin! Ich will hin, aber ja. Ey, unten. Ja, ja, da geht er, nein, da kannst du nicht hin. Ich hab Angst, ich hab Angst. Der bleibt einfach da oben in der Linke. Alter! Du Hipster! Nein, okay, er hat's geschafft. Er ist mega. Ich der auch, Gott sei Dank der. Der vorletzte. Dieser Sound, bitte. Ich will nichts sagen. Toll. Das hat sich auch nicht besser gemacht. Nein. Hat sogar noch. Wow! Nein, Alter, ihr wollt mich immer umbringen. Ja. Stier! Kartoffel! Alter, nicht. Toll. Okay, noch ein Leveler. 5 Minuten. Chili freut sich schon richtig, also. Ja, auch mal. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir das... Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das alles jetzt heute schaffen. Aber das nehmen wir da nicht auf, oder? Doch. Wieso? Ja, komm, ein bisschen, also. Wir fahren doch. Nö, Alter, das hab ich schon oft aufgenommen. Aber nur so Privatspielen ist besser. Ja. Ich mach da noch wieder mit Facecam. Naja, klar. Mit Gaze. Mit Gaze. Okay. Äh, was, das finde ich... Hol sich jeder eine. Wenn ihr noch dürft. Stille kriegt keine, okay. Egal. Fick dich, Alter. Boah, ich hab dir einen gefacht. Du hast das gesehen, ey. Schwach. Ey, das ist jetzt scheiße, weil... Hier braucht ihr dein Flughörnchen, das ist... Ich kann aber kein Flughörnchen aufnehmen. Ja, egal. Du, du bist... Wurscht. Du bist ne Wurscht. Du bist ne Wurscht. Du bist Wurscht. Boah. 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 Ernsthaft, Holger. Was? Ja, was soll ich denn machen? Hey, ich bin grad der einzige... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Dankeschön. Du darfst ja auch nicht verrecken. Wieso kann ich die verlieren? Habt ihr den Luigi gesehen? Der kommt noch. Ach ne. Hat da die Sternen zu? Da, 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 da. Da unten. No, 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 no. Okay, okay, okay. Da, 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 da. Da, da, jawohl. Luigi! Luigi, der letzte. Der hat den gar nicht gesehen. Hoos. Wer geht's? Können wir jetzt nicht runter? Ah fuck, Mondblöckchen! Da ist eh so ein Blattfahrer! Ja, ich hab's doch geschafft! Schön! Das letzte Mondblöckchen in den Bart rollt! Und hier ist dieses... Fuck you! Fuck you! Fuck you, Phil! Fuck you! 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 Ich bin überwältigt! Mit den zweitmeisten Abs hab ich das Level gerockt! Mit den zweitmeisten Abs hab ich das LP gerockt! Und machst du ein 200 Abonnenten-Special? So reicht bin ich noch mal nicht! Okay, aber vielleicht... Vielleicht hast du mit ner Furz-Complication feiert! Du schneidest die Videos von mir zusammen, wo ich furze! Und dann machst du so'n Song aus! Und dann kommst du so... Teufel-Teufel-Teufel-Teufel-Web-Monten Hör auf! Hör auf! Hör auf! Bitch Slap! Double Bitch Slap! Ah, Geheimwinsen! Statistiken! Noch zum Ende des Parts, Statistiken. Wie viele Mondblöckchen haben wir geguckt? Ja, die Mondblöckchen! Ja, da will ich mal sehen, wie ich es aktiviert habe. Zwei! Und es waren ja noch mehr, glaube ich. Zwei! 36! Ich hab nur 12 Blatt gestopft bekommen. Ey, wir haben keinen Minibusblock verwendet. Schade. Wie oft wird man sterben? Mit Josh ist er reichte Ziele mit, Baby. Schnappte Mopses, ja, konnten wir nicht. Schnappte Mopses, ja. Erhalte Applaus! Super! Zwei! Achtszig! Applaus, Applaus! Stili, ich furze gleich. Applaus, Applaus! Für deinen Rübser! Mein Herz! Alle Applaus! Danke schön! Gross! Daraus fliegen schon die Autos um. Zitat, Vater von Holger. Zitat. Diesmal wir! Ey, du bist doch so ein Arschlochstimme. Egal, Rico kennt mich. Oh Gott. Oh Gott. Ja, was haben wir machen? Ich eben sieht den Baum aus wie ein Hohen. Den Papen enden vielleicht! Also vielleicht! Schau mal, Alter! Das ist der Hohen, sagt Ferne, die es nicht wissen, vor allem Rico. Ich erkläre dir mal deine Geschlechtsräte. Ja, ja, mach wohl. Wir haben noch Zeit. Er ist doch in Kastrier, der hat keine Frau. Nico, das sind keine Eichel. Wow, das hätte ich nicht mehr. Das ist so Nivellos wie RTL. Das ist der Busch, den du nie rasieren wirst. Das sind noch ganz viele mehr Eichel. Sie legt mich in John Young. Wir sind doch alle reichen. Das ist Nivellos als RTL. Schnell weg, damit! Und... Ähm... Ja... Ich zeig dir... Ich zeig dir mal deine Hand. Natürlich nicht! Ha! 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 Ich hör auf, Alter. Bis zum nächsten Together-Projekt. Oh, Alter, leg doch Rico's Eichel. Den müssen wir ihm zurückbringen. Okay. Ich hol sie. Keine Panik. Ersatzbar. Rico's Eichel ist da! Ja! Wunder! Du kannst doch wieder Kinder zeigen. Ja! Ja! Rico, keine Sorge! Man muss... Wir helfen dir! Ein Herz für Kastrierte! Ha! Ein Herz für Ferne! Ein Herz für Ferne! Ein Herz für Lasse! Ein Herz für Lasse! Christian am Boden zerstört! Da liegt da... Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ha! Ich halte es nicht mehr aus! Wir sehen uns wieder beim... Beim nächsten... Beim nächsten... Beim nächsten... Beim nächsten Together-Projekt! Tschüss! Tschüss! Da auch die kroatische Nationalhymne! Ja! 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 Okay! Irgendwann ist alles auch seine Grenzen! Hallo! Das ist das für... Wii U Game... Scheiße! Ralsmaul! Bitte beende diesen Part! Kattelfahren aufs Mundrexion! Ey! Ey meine Zuschauer! Meine Abos werden so sinken! Je weiter das Video läuft... Je weiter das Video läuft... So viele Dislike! ...de abonniert! Pro Sekunde! Oder dich! Wie das Video läuft... Gibt's ein Abo mehr! Bis zum nächsten Together-Projekt! Bis zum nächsten Together-Projekt! Tschüss! Tschau! Fuck! Ja okay, tschüss! Pfff! Nochmal einen Abkluss vor zu ihm, die man... Nein! Das facht doch eigentlich! Ja okay! Stink doch aus! Stink doch aus! Stink doch aus! Stink doch aus! Keine Ahnung! Tschüss! Boah! Es stinkt bei der Hand, der schweiß ich! Na mal drauf! Tschüss!